Am Sonntag, den 21. Februar, bestreiten die Rimparer Zweitliga-Handballer zu Hause gegen Eintracht Hagen ihr 100. Bundesligaspiel. Zu diesem Anlass wurde ein Trikot in limitierter Auflage kreiert. Kapitän Stefan Schmidt zeigt, wie es aussieht. Ja, so wie unschwer zu erkennen ist, ist hier das Jubiläumstrigo zu unserem 100.2. Bundesligaspiel. Wir haben hier eingelassen groß den Wolfskopf, bekannt aus unserem Logo, und haben dann hinten am unteren Ende die Stadtsilhouette. Zum einen Teil von Würzburg, zum anderen Teil von Rimpar. Und hier oben beim Hashtag Wolfsrevier auch nochmal die zwei Wappen der Stadt Würzburg und der Gemeinde Rimpar. Und wollen damit eben nochmal die Verbundenheit von Würzburg und Rimpar zum Wolfsrevier darstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020